Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht es gut. Momentan traden wir bei ungefähr 23.120 US-Dollar. Wir versuchen uns wieder an unser letztes Hoch bei 23.400 US-Dollar heranzukämpfen. Das Volumen geht langsam aber sicher zurück. Was das für die Märkte bedeutet, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und joint natürlich gerne der kostenlosen Talk und Signalgruppe, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder immer auf den neuesten Stand sein wollt, was Setups und News anbelangt. Gut und damit war es das mit genug Eigenwerbung würde ich sagen und wir starten durch. Wie gesagt momentan 23.120 US-Dollar. Wir konsolidieren weiterhin sehr sehr stark in diesem Bereich da oben. Wir blicken jetzt mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart, schauen uns mal ganz kurz unsere Psy-Range an. Sieht jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht aus. Jetzt wir befinden uns nämlich weiterhin in dieser Psy-Range. Es hat sich wenig getan. Und normalerweise Dienstag sollte dann zu langsam aber sicher mal ein bisschen Entscheidung kommen. Wir sehen schon hier so eine leichte Doppel-Bottom-Bewegung hier so langsam. Also könnte wirklich auf dem Breakout zumindest in die Region um 23.700 US-Dollar langsam aber sicher hindeuten. Warum 23.700 US-Dollar? Dafür werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick auf den Daily-Time-Frame. Da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Wir haben hier diese Daily-Supply-Zone. Das heißt, die geht hier bis 23.630 US-Dollar, aber immer mal ein bisschen höher. Aber, sag ich mal, den Stop-Loss legen, sollte man hier einen Short riskieren, einfach um ein bisschen mehr Luft zu haben. Das ist jetzt auch momentan das erste Ziel. Wir schauen nochmal ganz kurz so ein bisschen auf das Volumen und gucken mal, wie unsere Hochs gebildet wurden. Also einerseits haben wir dieses Hoch, das wurde abgefischt mit, ich sage jetzt mal, nicht wirklich gravierend deutlich weniger Volumen. Also das heißt, die Möglichkeit, dass wir hier die 23.374 US-Dollar nochmal abgreifen, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Deswegen habe ich den Stop-Loss von meinem Short nochmal hochgezogen auf die 23.780 US-Dollar. Ist jetzt so, der Trade ist sowieso für mich abgehackt. Sollte der jetzt in den Stop-Loss laufen, dann ist es so. Und das bisschen macht das Fett jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, weg. Deswegen Stop-Loss-Anpassung hier nochmal kurzfristig. Und nächstes Long-Cluster sollten wir jetzt hier oben so ein kleines Doppeltop reinkriegen, was eigentlich so das Wunsch-Szenario aufgrund der Liquidität hier oben einfach wäre. Wäre das Ziel, weiterhin hier unten die 21.521.700 US-Dollar, einfach um einerseits hier diese letzten beiden Hochs als Support abzugreifen. Deswegen auch hier diese kleine Support-Zone. Andererseits, und dafür lohnt sich jetzt wieder der Traders-Reality-Indikator, haben wir eben hier die ganzen Vektoren. Wir haben eine Demand-Zone hier unten in dem Bereich der 21.170 US-Dollar. Da fängt sie zumindest an. Und wir haben das übergeordnete Golden Pocket von dieser gesamten, sag ich mal, Aufwärtsbewegung bis darunter liegt auch bei 21.550 US-Dollar. Das heißt, hier kommt eine Menge Support zusammen. Schönes Doppeltop. Wir schauen uns mal ganz kurz das Preisziel an, auch wenn ihr wisst, ich trade keine Pattern. Aber man kann es ja trotzdem einfach mal machen. Dann würden wir hier auch in dieser Region um das Golden Pocket eben landen. Das heißt für mich, überlege ich vielleicht sogar nochmal einen neuen Short aufzumachen. Nein, zumindest jetzt, zumindest in den jetzigen Minuten momentan nicht, weil der andere eben noch läuft. Ich passe eher den Stop-Loss nochmal an. Dann Long-Position ist geplant oder ist momentan eigentlich fix hier die 21.700 US-Dollar. Um dieses hoch abzugreifen, dazwischen möchte ich einfach nicht long gehen. Da ist einfach nichts. Egal wie wir hier das Golden Pocket im Endeffekt ziehen. Klar, wir können das hier noch ein bisschen anpassen. Dann wären wir hier bei 21.830 und so. Trotzdem befinden wir uns in einem riesigen Void. Wir befinden uns in einer Ineffizienz. Da ist einfach nichts. Und das Risiko hier ist mir einfach zu hoch. Deswegen, wir machen die ganze Gesamtbewegung. Und dann 21.560, wo eben das 0.618 da liegt. Ein bisschen weiter höher, um diese Supportzone hier noch abzugreifen. Das heißt 21.700 US-Dollar. Das ist momentan mein Trade-Entry. Daran werde ich einfach nichts ändern momentan. Und dann in der Hoffnung, dass wir hier auf jeden Fall die 24.6, wenn nicht sogar 25.000 US-Dollar anlaufen. Das ist jetzt momentan der Plan. Sollte die Supportzone nicht halten. Also mal als Stop-Loss auf jeden Fall hier drunter. Die, ich sage jetzt mal 21k. Wären Risks, haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, 2% circa. Also absolut human. Ansonsten bricht diese Zone hier. Ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier wirklich nochmal den Bereich um 19.000 bis 18.000 US-Dollar anlaufen. Das ist noch nicht weg. Möchte ich auch noch nicht, sage ich mal, abschließen. Aber ich habe eher momentan im Gefühl, wir gehen zuerst hier hin. Dann holen wir uns noch in der letzten Welle, sage ich mal, hier oben die 25k. Und dann ist möglicherweise Korrekturzeit bis 18.000, 19.000 US-Dollar. Und dort vielleicht nochmal ein bisschen die Backs auffüllen. Vielleicht dort unten nochmal eine Swing-Position aufmachen, was Long-Position anbelangt. Und dann hoffen, dass wir auch durch die 25.000 US-Dollar durchbrechen. Das ist jetzt momentan der Plan für heute. Ansonsten, Newslage erwartet uns nichts. Wie gesagt, Donnerstag ist eher das Augenmerk darauf zu werfen, wie sehen die PCE-Daten aus. Hat sich da gravierend was geändert. Darauf wird es meines Erachtens nach ankommen. Dann schauen wir zu Ethereum. Downtrend ist intakt. Wir haben Lower Low gebildet, was im Gegensatz zu Bitcoin doch mal ein bisschen schwächer zeigt. Hier Ethereum, muss man ganz ehrlich auch dazu sagen. Wir verbinden hier mal ganz kurz die Punkte, weil das Muster schon wieder so ein bisschen ähnelt einem Falling-Broadening-Redge oder einer kleinen Bull-Flag. Wobei ich eher nicht so Fan vom Bull-Flag bin. Kleiner Downtrend-Kanal mit Lower Lows, Lower Highs erst einmal. Trotzdem, auch hier lohnt sich der Blick, mit dem FIP-Level zu arbeiten von unserer gesamten Aufwärtsbewegung. Schauen wir uns einfach mal an. Und auch hier weiterhin der Bereich 1577. Darüber haben wir auch schon drüber gesprochen. Ist momentan mein Bereich, wo ich gerne Long gehen würde. Also hier zwischen 1580, um ein bisschen eher in die Position zu gehen. Und dann der Stop-Loss muss hier aber unter diese 1540. Warum? Die Mahnzone, Ineffizienz, Void, Vektoren. Also ihr habt hier Riesenauswahlen. Und sollten wir bis zu dem ganzen Low gehen, seht ihr auch, warum der Stop-Loss hier auch nochmal so liegt. Also Entry 1580 US-Dollar momentan nach jetzigem Stand für mich deutlich wahrscheinlicher, dass wir hier in den Trade reingehen. Ansonsten würde ich hier erst einmal die Finger davon lassen, jetzt irgendwie hier in den Short reinzugehen. Sowieso nicht. Liquidität haben wir hier oben bei den 1680 zwar noch. Wir blicken nochmal ganz kurz auf den Daily-Timeframe, wie es hier aussieht. Und zoomen nochmal ein bisschen raus. Und da seht ihr auch, okay, wir haben dieses Hoch bei den 1680 auf Daily-Basis eben noch nicht geschlossen. Das heißt, wir sind weiterhin in einem Downtrend und die Chance, dass wir noch eine größere Korrektur reinkriegen, zumindest bis 1350, ist auch noch gegeben. Also wir müssen hier wirklich von Tag zu Tag momentan schauen, ob hier wichtige Level nach oben hin durchbrochen werden. Oder ob wir hier in die Korrektur reinkommen und dann unsere beiden übergeordneten Golden Pockets erst einmal halten. Darauf zählt es jetzt erst einmal meines Erachtens nach. Wir haben auf dem Daily eine kleine Bearish Divergence. Auch die sollten wir erst einmal nicht unterschätzen. Trotzdem brechen die 1680, wäre der nächste Step die 1800 US-Dollar, werde ich sogar hier oben die 2000 US-Dollar. Klingt zwar jetzt alles sehr bullish, aber ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, wie es momentan, sage ich mal, hier läuft die letzten Tage. Beziehungsweise auch natürlich die normalen, traditionellen Märkte. Mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Wir sind beim Nasdaq ausgebrochen aus unserem Downtrend. Der SPX, also S&P 500 auch und sogar mit Retest. Also hier gilt es jetzt wirklich verdammten Augenmerk drauf zu werfen. Wie geht es hier weiter? Hält unsere, sage ich mal, Supportzone hier, aus der wir jetzt ausgebrochen sind. Dann hat der SPX, so wie wir darüber gesprochen haben, mit unserem Retest, den wir sogar gleich schon am Montag bekommen haben, wirklich die Chance hier die 4100-Punkte-Marke anzulaufen. Und dann wird es hier oben entscheiden, denke ich mal, bis zum Donnerstag ist es ein sehr, sehr gutes Ziel, wie es dort weitergeht. Gut, dann noch ganz kurz zu den News. Bank, 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 Bank von Spanien, grünes Licht für Euroback, Stablecoin, Token, Pilotprogramm, Scam. Gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nee, Spaß, lest euch den Artikel gerne durch. Link wie immer in der Telegram-Gruppe oder direkt bei CryptoGuru vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinkommen, wenn ihr Bock auf Updates habt oder Signale, joint da einfach rein. Alles for free. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann später wieder zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Vielleicht kommen sogar zwei, muss ich mal gucken, wie ich es schaffe. Und ja, dann war es das von mir. Like da lassen, Abo da lassen und gerne Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinscheinen. Das war es von mir. Schönen Tag, bis später. Ciao, ciao und wie immer.